Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ich bin voller Leben, voller Leidenschaft. Ich habe Ideen und Träume. Ich habe gekämpft und etwas erreicht. Ich sorge für mich und für andere. Ich kenne Menschen, die mir gut tun und ich habe noch Pläne. Ich mag mein Leben und habe doch manchmal Angst, es zu verlieren, wenn die Sorgen an mir nagen. Aus einem Korn werden unglaublich viele. Aus einem Wort wird eine Bewegung. Aus einem Wanderprediger wird Hoffnung für viele, weil er sich hingab, trotz Angst, trotz Sorge. Was aber wird aus mir? Wie viel Hingabe traue ich mir zu? Aus einem Wanderprediger wird. Ich schaff' zu Schaff' St Aus einem Wandelprediger wird er Alorskinen. Ich schaff' zu